Ich bin hier wieder bei den Waldenbrivers. Wir haben jetzt da wieder einen Verkundener, wieder für einen Jäger, zwar einen weißen Tymmony umgebaut, aber ich zeige jetzt mal ein bisschen zu befeinhalten, was der sich so küncht hat. Wir haben jetzt bei ihm den beheizten Spiegel nachgewürstet, wir haben Sitzbezüge mit Wadenmuster, mit grauen Nährte, Lederlenkradl mit seinen passenden Nährte dazu reingemacht, dann die Scheiben haben wir mitfoliert, dann hat er ein Lampenschutzgitter hinten reinbekommen und jetzt machen wir da mal auf. Hecklappenlänfer wollte da haben, mit diesen Heckgitternetzen, um Handschuhe, kleine Intensiven mitzunehmen, die sich stören, aber ursprünglich geht es eigentlich darum, dass wir für ihn einen speziellen Umbau gemacht haben, dass er seine Langwaffe mitnehmen kann, oder seinen Langwaffe-Koffer, sage ich jetzt mal, mit unserem Kofferraumboden. Der schaut jetzt so aus, haben ihn so angepasst, mit einem Standfuß, Teppich innen drin verkleidet und so schaut das Ganze dann aus, dass er eben diesen Koffer mitnehmen kann und zugleich, wenn es da dunkel wird, haben wir natürlich unsere Innenraubeleuchtung gemacht. Ja, das war's schon wieder von unserem kleinen Umbau, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht es gut, Servus! Das war's! Das war's! Das war's!